Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. In diesem Video geht es um das Screensharing, das Dateien teilen, Bildschirm teilen und auch Whiteboard teilen in GoToMeeting. Mein Name ist Gwendoline und wenn du schon mal hier auf dem Kanal warst, dann weißt du, dass es viel um Webinare geht, um Webinar Software, um verschiedene Tutorials. Und in diesem Video geht es ganz speziell um GoToMeeting. Ich wurde jetzt mehrfach gefragt, weil das leider in meinen anderen GoToMeeting-Videos zu kurz gekommen ist, wie eigentlich das Whiteboard inklusive der Zeichenfunktion oder eben auch das Anwendungsteilen hier funktioniert, sodass sowohl zum Beispiel der Referent zeichnen kann, highlighten kann und ähnliches, aber auch die Teilnehmer. Und das schauen wir uns jetzt gemeinsam direkt in der Software an und gucken, wie das Ganze funktioniert. So, wir befinden uns jetzt auf der Oberfläche von GoToMeeting und es ist, wie auch in den anderen Videos, die du hier oben finden kannst, zu sehen. Es ist wunderbar aufgeräumt. Also du hast weiterhin hier nur die vier Icons, Mikrokamera, Bildschirm und Verlassen. Du hast hier oben noch die Möglichkeit zu gucken, wie viele Teilnehmer da sind, den Chat und die Einstellungen. Und jetzt habe ich mich hier als großformatig quasi dargestellt, sagen wir es so, also alle Sprecher. Das heißt, wenn jetzt bis zu 25 Leute in diesem Raum wären, wären die alle als kleine Fensterchen hier zu sehen. Wenn nur einer da ist, wird das Bild halt groß dargestellt. Bei Sprecher wird es, kannst du einmal machen, einfach nur klein in der Ecke dargestellt. Wir nehmen jetzt wieder das Große, weil ich spreche ja mit dir, da sieht das ja besser aus. Okay, und dann haben wir hier noch die Möglichkeit, das Meeting zu sperren. Das mache ich jetzt auch. Das heißt, es kann keiner mehr diesem Meeting beitreten, außer er wird von mir eingeladen und dann freigeschaltet. Darum geht es aber heute nicht. Wir schauen uns jetzt an, was du machen kannst, wenn du in deinem Unterricht oder aber in deinem Team-Meeting, was auch immer für ein Meeting du durchführst, das Whiteboard benutzen möchtest oder überhaupt ein Whiteboard fürs Brainstorming, für Ähnliches. Oder aber wenn du zum Beispiel Anwendungen teilen möchtest, Dateien teilen möchtest, wie das eigentlich geht, wie du die Einstellungen findest, wo alles steht und wie das Ganze dann auch noch aussieht. Und dafür, wie du siehst, gibt es keine Whiteboard-Funktion oder Ähnliches hier, nutzt du den Bildschirm. Bei Klicken siehst du, es gibt die verschiedenen Möglichkeiten, Bildschirm oder Anwendung teilen. Bildschirm, was jetzt hier defaultmäßig komischerweise ausgewählt ist, bedeutet, dass dein aktueller Bildschirm geteilt wird. Und bei Anwendung, das klicke ich jetzt einmal an, siehst du, dass noch weitere Anwendungen möglich sind. Also einmal der Bildschirm, wie es eben schon war. Dann habe ich hier Pages und Safari. Hier dran erkennst du, dass die Anwendung möglichst vorher geöffnet sein soll. Das heißt, wenn du jetzt also weißt, dass du Word, Excel oder wenn du auch am Mac arbeitest, Numbers oder Pages oder Ähnliches zeigen möchtest, teilen möchtest, nutzen möchtest, dann öffne das vorher schon. Das erspart dir halt das große Suchen und das erspart dir auch jetzt irgendwie hektisch rumzugucken, in welcher Datei liegt denn jetzt eigentlich das, was ich suche und so weiter. Also bereite es vor, öffne das Ganze einfach und wenn du es dann benötigst, kannst du hier über das Teilen, über Anwendungen teilen, direkt darauf zugreifen. Was noch ganz wichtig ist, hier unten Audio- und Multimedia-Inhalte einbeziehen. Das habe ich jetzt einmal angeklickt. Das brauchen wir jetzt nicht. Aber wenn du vorhast, Musikstücke, Videos und Ähnliches zu teilen, dann gibt es immer wieder diese Tonprobleme. Haben viele von euch schon mal erlebt, dann wird der Ton quasi aus deinen Lautsprechern nochmal übertragen, was dann entweder zeitversetzt oder gar nicht ankommt oder sehr blechern und scheppernd und leise im Hintergrund ist. Um all das zu vermeiden, gibt es die Möglichkeit, Audio von Multimedia-Inhalten einzubeziehen. Das heißt, es wird direkt das aus deinem Rechner übertragen, was auch du hörst. Dementsprechend ist es weder zeitversetzt noch blechern. Jetzt schauen wir uns aber an, wenn wir eine Whiteboard-Funktion nutzen wollen, was wir dann nehmen können. Ich habe dafür jetzt einfach mal Pages ausgewählt, als, du siehst hier im Querformat als freie weiße Fläche und das wählen wir jetzt einmal aus. So. Und da wird es auch geöffnet. Jetzt habe ich auf Pages hier schon, das nehmen wir mal weg. Und das nehmen wir auch weg. Jetzt siehst du, was in Pages geöffnet wurde. Und muss ich hier mal eben mein schwebendes Panel wieder ranholen. Das wird immer losgekoppelt bei GoToMeeting. Und hier siehst du eben die Möglichkeit, dass ich genau sehen kann, in diesem Kontrollfenster hier, was du als Teilnehmer sehen kannst. Sprich, wenn du jetzt das Meeting gibst als Gastgeber, siehst du hier genau, was deine Teilnehmer sehen und was ihnen wann angezeigt wird. Und hier unten ist auch nochmal dein eigenes Bild, also den Sprecher sieht man auch. Dann hast du hier noch die Möglichkeiten, die wir eben schon in der unteren Reiterleiste gesehen haben. Du kannst das von hier alles steuern. Und hier schauen wir uns jetzt an, wo die Zeichenfunktionen sind. Und da haben wir, das ist so ein bisschen unscheinbar in dem Moment hier, haben wir hier, da gehe ich jetzt einfach auch mal drauf, nehme den Laserpointer, dann kannst du es sehen, hier kann ich drunter hergehen, haben wir hier die verschiedenen Funktionen in der Reiterleiste, sobald wir eine Anwendung teilen. Hier findest du also alles, was du brauchst. Hier sind deine Zeichenwerkzeuge. Wir nehmen mal den Stift. Die Stiftfarbe war jetzt gerade lila, das zeige ich dir aber auch nochmal. Hier kannst du die Stiftfarbe auswählen. Ich lasse sie jetzt mal lila oder wir können auch brün nehmen. Und dann kannst du diese typischen Muster malen, die man eben mit diesem Stift zeichnen kann. Du hast weiterhin die Möglichkeit, den Textmarker zu benutzen. Also wenn wir jetzt einen Text angucken und haben verschiedene wichtige Punkte zu besprechen, können wir auch dies benutzen hier. Oder aber du hast auch die Möglichkeit, den Zeiger, sofern du eben auch verschiedene Sachen hin, also zeigen möchtest, also hindeuten möchtest. Und den Laserpointer hast du eben schon gesehen, wenn ich hier verschiedene Bereiche, wir reden jetzt über diesen Bereich, also kann ich den Laserpointer benutzen und alle können mir folgen. Ganz wichtig, du kannst hier natürlich auch anklicken, dass deine Teilnehmer auch zeichnen können sollen. Gerade wenn du vorhast, ein gemeinsames Projekt zu besprechen, ein Brainstorming oder ähnliches, ist es natürlich auch sinnvoll, wenn nicht du quasi zum Schriftführer wirst, sondern deine Teilnehmer auch mitmachen können. Jetzt ist es so, dass ich hier, gehen wir mal raus, dass ich hier Pages teile und dann gleichzeitig, da brauchen wir einmal den Zeiger wieder, die Möglichkeit habe, auch die verschiedenen Funktionen von Pages hier zu benutzen. Das heißt, wenn ich auf Form klicke, sieht jetzt ein bisschen komisch aus, weil diese ganzen Striche hier ja schon drauf sind, aber dann könnte ich zum Beispiel eben auch hier noch weitere Sachen integrieren. Du kannst also wirklich alles hier von Pages oder von deiner jeweiligen Anwendung auch verwenden. Gehen wir noch einmal hier wieder zurück und können auch alle Zeichnungen löschen mit einem Klick. Natürlich nur die, die wir in GoToMeeting auch sozusagen das Programm, ja quasi eine Ebene höher drüber gemalt haben. Damit wird natürlich nicht gelöscht, was ich in Pages direkt mache. So viel zu Pages oder zu der Funktion des Whiteboards. Du kannst für die Whiteboard-Funktion eigentlich jegliche Anwendung nehmen. Ich habe jetzt einfach Pages gewählt, weil ich weiß, da bekomme ich eine weiße Seite. Aber du kannst natürlich eben, wie gesagt, am PC Word, aber es gibt ja auch noch Notizen und so weiter. Also es gibt sämtliche Programme, in denen du weiße Seiten bekommst, auf denen du zeichnen kannst. Und du kannst natürlich eben auch mit Tabellen arbeiten, mit Pro und Contra. Kannst das zeichnen oder kannst Tabellenfunktionen hier benutzen und so weiter. Also das kann man alles, du siehst, das wird dann hier eingetragen, kannst du natürlich vorbereiten, rufst es dann einfach nur auf und kannst dann das Ganze nutzen. So einfach ist das. Gut, wenn wir jetzt aber dieses Programm wieder schließen möchten, sprich wir möchten das Teilen beenden, haben wir hier die Möglichkeit, einfach quasi auf den, da steht es auch Übertragung beenden, auf den Stopp-Knopf zu drücken. Und das mache ich und schon wird wieder mein Bildschirm angezeigt. Das Teilen ist jetzt beendet, die Funktion ist wieder in den Hintergrund gerückt. Jetzt möchte ich dir aber nochmal zeigen, wenn wir zum Beispiel eine andere Anwendung, und da nehmen wir jetzt mal Safari. Safari-Teils, da habe ich, gucken wir mal, ob man es direkt sieht. So, da habe ich jetzt den Spiegel Online aufgerufen. Du siehst im Hintergrund halt Spiegel Online. Und jetzt schieben wir es mal so ein bisschen dahin, dass hier genug Platz ist. Und jetzt habe ich genau die Zeichenfunktionen wieder oder Zeichenwerkzeuge wieder, die ich eben auch hatte. Und hier ist natürlich toll, wenn ich zum Beispiel jetzt texte mit meinen Schülern, meinen Coaches, meinen Teammitgliedern, mit wem auch immer durchgehe und sage, so, das ist ganz wichtig. Und ja, wie auch immer, den Aufstand bei Amazon muss man auch angucken. Und hier, der Satz ist auch noch wichtig und so weiter. Kannst du den Highlighter benutzen? Oder du sagst, du hast hier verschiedene Punkte, die eben auch wichtig sind. Da müssen wir nochmal besprechen, was über diesen Part hier zu sagen ist. Und wir müssen auch nochmal uns mit der Werbung beschäftigen und gucken diesen Teil nochmal genauer an. Also, du verstehst, was ich meine. Du kannst den Text bearbeiten, kannst das da drüber zeichnen, kannst Sachen hervorheben und kannst so dann auf verschiedene Bereiche eingehen, die du eben besprechen, lehren oder erklären möchtest. So funktioniert das Ganze. Ich schalte hier jetzt mal wieder aus. Na, das möchte er nicht. Gehen wir mal auf diese Funktion. Da Bildschirm übertragen ist jetzt wieder ausgeschaltet. Und ja, du hast gesehen, wie das Ganze funktioniert, wo du die verschiedenen Zeichenwerkzeuge findest, wie du sie ein- und ausschaltest. Das Einzige, was wir jetzt nicht getan haben, ist ein Video übertragen. Ist jetzt auch ein bisschen schwierig, weil ich keinen Empfänger habe in dem Sinne. Also hier ja alleine bin. Funktioniert aber über die gleiche Funktion, hast du gesehen, nämlich mit der neuen Funktion das Audio mit übertragen wird. Du kannst also problemlos hier deine Meetings abhalten, deine Unterrichtsstunden oder ähnliches. Du kannst es so einstellen, dass du zum Beispiel, gehen wir mal hier noch mit drauf, den Chat dabei noch geöffnet lässt. Und wenn du was erklärt hast oder wenn es was zu besprechen gibt, deine Teilnehmer eventuell nicht per Mikro dabei sind, dann eben in dem Chat schreiben können. Und so hast du den kompletten Überblick über das, was du hier mit deinen Teilnehmern gleichzeitig siehst, beziehungsweise was du ihnen zeigst und was du durchführen möchtest. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Ganz wichtig für dich als Arbeitserleichterung, öffne die Programme vorher, die du benutzen möchtest, wenn du zum Beispiel so was wie kleine Umfragen, die du selber hier gestaltest, die eben nicht in dem Umfragetool, was hier nicht vorhanden ist, ausgewertet werden, sondern einfach nur zeigen sollen, wo ist denn sozusagen die Tendenz oder irgendwelche Zuortsspielchen oder Pro- und Kontralisten oder ähnliches. Bereite auch die vorher vor, zum Beispiel in Word oder in Excel, je nachdem, sodass die Teilnehmer dann ihre verschiedenen Pro- und Kontrapunkte eintragen können oder Fragen beantworten, indem sie Kreuzchen machen oder wie auch immer du das gerne gestalten möchtest. Es ist für dich deutlich einfacher, dann während des Meetings einfach nur diese Anwendung aufzurufen und zu teilen und gemeinsam anzuschauen. Übrigens vielleicht noch als Anmerkung dazu, das Gleiche funktioniert natürlich auch mit PDFs. Wenn du PDFs teilen möchtest, kannst du das genauso tun über diesen Anwendungsweg wie auch mit den anderen Programmen, also Dateien jeglicher Art kannst du so teilen. Auch da wieder für deine Sicherheit oder für deinen Komfort. Öffne sie vorher und dann kannst du sie einfach aufrufen und mit den gleichen Zeichenwerkzeugen highlighten, mit dem Laserpointer arbeiten oder auch deine Teilnehmer highlighten lassen. Ja, das war's. Ich hoffe, das Video hat dir weitergeholfen. Wenn dem so ist, dann lass mir doch deinen Daumen hoch da. Ich freue mich und falls noch nicht geschehen, dann abonniere den Kanal. Du wirst kein Video mehr verpassen. Du wirst sogar, wenn du die Glocke aktivierst, auch noch benachrichtigt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bleib gesund, mach's gut. Bis dahin. Tschüss.